Es ist doch sehr paradox, obwohl Krypto gerade wieder aufatmet und die schlimmsten Faktoren wohl beseitigt wurden bzw. sich ausgespielt haben, wird die Masse genau jetzt panischer. Denn wenn wir einen Blick auf die Tagesperformance werfen, dann sehen wir, dass viele Altcoins im grünen Bereich sind. XLM beispielsweise mit 14%, XRP mit 15% plus. Wann haben wir denn das das letzte Mal gesehen? Aber wo augenscheinlich das Schlimmste vorbei ist, hat die Masse angefangen zu zittern und wir waren beispielsweise gestern auf einem 4. Greed Index auf Bitcoin Sicht bei einer 29, das heißt bei einer wirklichen Angst. Und der 4. Greed Index hat sich sogar erneuert und wir sehen, die aktuellen Daten, die sind bei einer extremen Angst, bei einem Score von 25. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, warum? Dementsprechend werden wir dieses Thema in dem heutigen Video aufgreifen, ebenso wie Sachsen, die ihre Bitcoin Bestände jetzt wohl vollkommen verkauft haben, auf die brachialen Inflows der ETFs. Natürlich schauen wir uns auch unseren Bitcoin Chartern, aber ich werde auf jeden Fall auch noch auf Altcoins eingehen. Erstens auf den Sektor RWA, auf Chainlink, VeChain, Solana, Cardano, dem Tonnetzwerk und den typischen Fall von Phishing-Attacken. Dann auch über Kryptowährungen, wo wir normalerweise nicht so oft drüber reden wie The Grab, aber auch Render mit seinem unfassbaren Wachstum, Sui und dem Notcoin. Plus den beiden Thema, wo ich mir persönlich denke, das muss doch KI generiert sein. Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto, freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Und erst einmal möchte ich meinen Dank aussprechen an die sehr starke Community, insbesondere bei den letzten Videos hier. Und insbesondere auch für die tatkräftige Unterstützung in den Kommentaren. Und es freut mich natürlich auch, wenn ich mit meinen Videos einen Mehrwert bieten kann. Denn mein Ziel ist es dir, einen guten Teil des täglichen Researches und der täglichen Analyse abzunehmen. Das heißt, falls du mich auf dem Weg unterstützen möchtest, dann lass mir sehr, sehr gerne auch heute wieder ein Like da und auch gerne etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Denn somit helft ihr mir und dem Algorithmus natürlich sehr. Und keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen, das Altcoin-Video zu, wie es den Millionären machen wird, das kommt auf jeden Fall noch. Also da könnt ihr gespannt bleiben. Ansonsten starten wir auch gleich mal rein mit den News nach dem Disclaimer. Gleich mal, um die Frage des Videos zu beantworten. Ich kann persönlich diese Angst und Panik nicht verstehen. Denn in den letzten Videos sind wir tatsächlich auch genauer darauf eingegangen, was es alles für Probleme gibt. Die Gründe für den Verkaufsdruck, das haben wir alles in den Videos thematisiert. Ich denke mal, die treuen Zuschauer des Kanals, die wissen das bereits. Aber offensichtlich hat es die Masse des Kryptomarktes erst jetzt begriffen. Und vielleicht kommt daher diese Wendung. Ansonsten ist diese extreme Angst für mich nicht spürbar und praktisch nicht existent. Für mich ist es tatsächlich im neutralen Bereich. Aber das kann ja jeder für sich selbst sehen. Im Endeffekt sehen wir tatsächlich auch, dass hier diese negativen Faktoren jetzt vonstatten gegangen sind. Zum einen haben wir gestern die Information bekommen, Sachsens Bitcoin-Bestände schwinden weiter dahin. Die Wallet der Staatsanwaltschaft Sachsen wird zunehmend leichter. Innerhalb der letzten sieben Tage hat die Behörde BTC in Milliardenhöhe verkauft. Wir wissen natürlich, das ist wegen den Regelungen und Gesetzen in Deutschland so. Meiner Meinung nach hätten sie die Bitcoin einfach behalten sollen. Das wäre auf jeden Fall mal ein wirtschaftlich schlauer Schachzug. Aber da kommen natürlich wieder die super Regeln des deutschen Staates zum Tragen. Und da muss man natürlich auch sofort alles veräußern. Da habe ich auch gehört, ja gut, was für ein Licht würde es denn auf Deutschland werfen, wenn sie auf einmal mit den gesamten Geldern zocken würden. Ja, das könnte ich verstehen, wenn man pur an irgendwelche Altcoins das Geld reinschmeißt, wo man keine Ahnung hat. Das kann ich verstehen. Aber bei den Bitcoinen ist es meiner Meinung nach alles andere als zocken. Aber, ja, es ist vorbei. Sie haben alle Bitcoin verkauft. Über 2 Milliarden. Insgesamt, das ist wirklich crazy gewesen. 50.000 Bitcoin haben sie es geschafft zu veräußern. Das muss man auch erstmal schaffen. Also Respekt da an Deutschland. Rund 2,9 Milliarden US-Dollar wurden hier veräußert. Das bedeutet, jeder von uns, der nur eine einzige Tranche in den Bitcoin investiert hat, hat mehr Geld als das Deutschland-Wallet. Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin kann ich aber diese Massenpanik nicht verstehen, wie sie hier bei uns suggeriert wird. Denn wenn wir einfach mal auf den Retail schauen, auf die Bitcoin ETF-Flows, dann sehen wir, wir haben eine brachiale Woche gehabt. Eine Woche, wie wir sie so schon lange nicht mehr hatten. Denn wir hatten nicht nur pur Zuflüsse, wie wir es hier sehen können. Nein, wir hatten auch massive Zuflüsse. Wir sehen das hier. 147 Millionen US-Dollar an täglichen Zuflüssen. Und am 12. Juli haben wir einen Brecher rausgrauen mit 310 Millionen. Und das Gute ist, wir sind ja jetzt im Wochenende. Dementsprechend ruht das erstmal. Und diese bullische Stimmung sollte sich in der Theorie natürlich weiter aufheizen, beziehungsweise das schon mal ein bisschen Balsam für den Kryptomarkt geben, für den Bitcoin, dass er sich eben beispielsweise auch über das Wochenende besser aufraffen kann und dass man dieser positiven Euphorie dann weitergehen kann. Dementsprechend kann ich es eben noch weniger verstehen, warum wir hier bei der extremen Angst sind. Aber nun gut. Ein Punkt wäre, wo man sagen könnte, gut, die Angst ist groß, dass dieser Mann hier noch amtierender Präsident ist. Und zwar Biden. Ich denke mal, das Video habt ihr gesehen. Der gemeint hat, jetzt möchte ich das Wort an den ukrainischen Präsidenten übergeben, der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit hat. Präsident Putin. Lustiges Video, verlinke ich euch gerne auch unten mal in der Videobeschreibung. Ich denke, ihr habt es schon gesehen. Und schaut euch jetzt einfach mal sein Gesicht an, wo er es gehört hat. Der Mann hat es gar nicht mehr verstanden. Ja, unfassbar. Immerhin konnte sich hier Biden noch ganz gut retten. Also, ja, das kann man ihn auf jeden Fall lassen. Und wenn wir einen Blick auf unseren Bitcoin-Chart werfen, dann bemerken wir, es ist immer noch alles wie beim Alten. Wir sind immer noch unter unserem 200-Day-Simply-Moving-Average, was theoretisch bärisch gedeutet werden kann, beziehungsweise erst mal das Bullshit-Momentum rausnimmt. Aber wie gesagt, wir sind schon seit einer Weile im Sommerloch. Von daher ist das hier auch recht normal. Also zumindest sollten wir hier nicht überbullish sein auf die kurzfristige Perspektive. Aber auf die langfristige Perspektive hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Und dementsprechend würde ich sagen, wir widmen uns den Altcoins. Die meisten der Altcoins gibt es natürlich auf der Börse Bing X zu kaufen. Kleine und große, auch viele Kryptowährungen tatsächlich, die es nicht auf jeder Börse gibt. Das heißt, die noch kein Buller miterlebt haben. Mit dem Link unten könnt ihr mich natürlich supporten und bekommt 5000 New City-Train-Bonus. Und dann würde ich mal sagen, wir starten direkt rein in die Altcoin-News. Erst einmal bezüglich den RWAs und Tokenisierung. Und wir sehen BlackRock ist dahinter, Fidelity ist dahinter und JP Morgan. Drei große Namen, denn die fördern damit die Akzeptanz der Blockchain und generell pushen sie die Narrative von Tokenisierung und von realen Vermögenswerten. Somit werden Trends gesetzt. Das war im letzten Bullrun ähnlich und wir sehen genau, was hier passiert. Dementsprechend können wir uns auch auf solche Kryptowährungen stürzen, denn hier kann man auch noch recht viel erwarten. Und das Gute ist tatsächlich, wenn wir uns das hier mal anschauen. Top Real World Asset Tokens bei Market Capitalization. Da können wir mal aufschlüsseln, was es da so alles gibt. Und das Gute ist, wie gesagt, dass viele, unbewusst vielleicht auch schon, diese Kryptowährungen im Portfolio halten. Avalanche, Chainlink, Internet Computer ist gefühlt eh überall mit drin. VeChain aber auch. Und wenn wir hier weiter runter scrollen, dann könnte Quant davon ebenfalls auch profitieren. Da kommt es stark darauf an, wie sie sich vermarkten. Und dementsprechend schauen wir uns mal bei Chainlink eine weitere Neuigkeit an. Passend dazu natürlich auch CCIP, welche die Cross-Chain-LDY-Transfers von Legidity Yield vorantreibt. Und wer ist Legidity Yield? Ein auf realen Vermögenswerten basierender Stablecoin. Und wir sehen es schon wieder. Die Narrative wird ausgeschöpft. Und das ist genau das, was wichtig ist. Denn das Marketing muss am Ende auch on point sein. Insbesondere auch beim Bullrun. Denn da werden die massiven Gewinne gemacht. Dementsprechend da auch Augen offen halten, meine Freunde. Und diese CCIP-Integration, so wie man das eben auch kennt von Chainlink, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach den Markt wirklich revolutioniert. Genau deswegen sind sie meiner Meinung nach auch wieder auf die Map gekommen. Und hat Quant auch tatsächlich von der Bildfläche seither verdrängt. Und somit kann man eben diesen nativen LDY-Token mit Cross-Chain-Übertragungen ganz problemlos von verschiedenen Chains aus versenden und einsetzen. Und eine weitere Kryptowährung, die zum RWA-Sektor dazugehört und ich deswegen auch immer noch ein sehr großes Potenzial sehe, das ist VeChain. Und die sichern sich Patent nach Patent. Wir wissen, es hat keinen massiven Einfluss, aber es hilft einfach der Narrative. Es ist auch nicht verkehrt, sowas zu haben. Und da haben sie beispielsweise auch hier ein Patent für mobiles Blockchain-Inventar-System. Und das ist wirklich ein großes Problem. Jeder, der schon einmal im Verkauf gearbeitet hat und da dann die Inventur gekommen ist, oftmals fehlt da irgendwas. Und wir können es hier lesen, es soll das Problem der Ungenauigkeit angehen, die mit dem manuellen Zählen von Gegenständen und deren Erfassungen in einem Hauptbuch einhergehen. Und das Coole ist, dieses System basiert auf der VeChain-Door-Blockchain. Ansonsten gehen wir weiter zu Solana. Diese haben eine deutlich günstigere On-Chain-Bereitstellung erlangt, denn einige Solana-Kosten, da konnte ich meinen Augen nicht trauen, wo ich das gelesen habe, werden in Bezug auf Kosten und Gebühren um den Faktor 10.000 sinken. Und Solana ist ja generell schon sehr günstig, dementsprechend absolut krass. Und das ist eben genau der Punkt, den Solana auch irgendwo zum Erfolg verschaffen hat. Unfassbare Skalierbarkeit, unfassbare Schnelligkeit, kaum Gebühren. Vitalik Buterin äußerte sich ebenfalls positiv in Bezug auf Solana. Und das Krasse ist, Solana benötigt nicht mal eine Layer 2 dafür, wie es Ethereum beispielsweise benötigt. Bei Ethereum ist eine Layer 2 Pflichtprogramm, deswegen gibt es auch Arbitrum, Optimism, Polygon und so viele weitere. Nein, Solana kriegt das komplett alleine hin. Das ist der Riesenvorteil. Dann bezüglich Cardano, die hängen sehr stark hinterher, aber Sunday Swap ist da gar nicht mal so verkehrt. Die haben die Netzwerkleistung und Kapazität erhöht. Sunday Swap ist hier eine beliebte dezentrale Börse. Diese wurde im letzten Monat in das Cardano-Hauptnetz eingeführt, bietet zudem ein effizienteres Preismodell und eine höhere Kapazität mit 35 Transaktionen pro Sekunde. Somit könnten fast eine Million Aufträge pro Tag gehandelt werden. Jetzt kommen wir mal zu einem Negativpunkt und zwar überall, wo es Wachstum gibt, überall, wo es Potenzial auszuschöpfen gibt, werden auch Problemzonen wach. Ja, wir sehen es hier, Ton-Netzwerk immer häufiger Opfer von Phishing-Attacken. Das Ton-Netzwerk ist gewachsen wie, keine Ahnung was, das ist unfassbar. Aber dementsprechend muss man hier auch aufpassen, es gibt extrem viele Phishing-Attacken, also Hacker werden aktiv. Das zeigt uns im Endeffekt, dass wir uns in einem Bullen-Markt befinden, denn die Hacker gehen so unglaublich rasant zurück, wenn der Markt einfach nicht mehr so groß ist. Aber da der Markt so groß ist, gibt es eben genau das Problem. Man kann es wie gesagt positiv sehen, aber im Grunde ist es natürlich was Negatives. Spricht aber auch für den Erfolg des Ton-Netzwerkes. Dann eine Kryptowährung, über die ich nicht so oft geredet habe, The Graph. Und BNB-Chain hat nämlich The Graph für einen besseren Datenzugang mit integriert. Und die jüngsten Upgrades von der BNB-Chain haben die Transaktionsgebühren bis zu 90% gesenkt und die Benutzerfreundlichkeit optimiert. Ich sage es euch wie es ist, BNB hätte ich nicht gedacht, dass die so stark zurückkommen. Die waren ja ein wirkliches Sorgenkind im Portfolio damals. Auch wenn sie nie extrem stark gefallen sind, hatte man hier dennoch Bange, insbesondere bei den gesamten Börsen-Crashes. Von daher wirklich Hut ab an BNB, muss man so sagen wie es ist. Und dementsprechend profitiert es auch das The Graph-Protokoll von BNB. Beziehungsweise beide voneinander natürlich, ja, nicht parasitär. Gehen wir weiter zu Render. Da können wir mal Revue passieren lassen, was sie seit einem Jahr alles gemeistert haben. Stetiges Wachstum ist hier ein richtiges Stichwort. Und zwar verzeichnete das Render-Netzwerk im ersten Quartal 2024 ein Anstieg der gerenderten Bildern um 17,7% im Vergleich zum ersten Quartal 2023. Auch die Aoktan-Bench-Ergebnisse verdoppeln sich im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Update hatte das Render-Network auf Twitter geteilt. Auch die GPU-Leistung des Netzwerkes ist deutlich höher als zum Vorjahr. Und die Trends zeigen, dass immer mehr anspruchsvolle GPU-Rendering-Aufträge eingereicht werden. Aber was hier wirklich wichtig ist, ist die Verwendung von den Render-Tokens. Und zwar im ersten Quartal 2024 wurden ca. 816.000 Render-Token verwendet. Und diese Zahl hat sich um 60% erhöht gegenüber eben von den 509.000 Render-Token zum Vorjahr im ersten Quartal 2023. Dementsprechend Render auch nicht zu unterschätzen, müssen wir so sagen, wie es ist. Ansonsten startet das CC Phishing Star im SUI-Netz und revolutioniert das Gaming. Denn SUI fokussiert sich ja auch auf Blockchain-Gaming, was ich persönlich sehr cool finde. Und hier sehen wir eben auch den Beweis. Dieses Game ist ein Angelspiel, aber wirkliche Bilder finden wir hier nicht. Da wäre ich gespannt, was sonst noch so auf uns zukommt. Und die letzte Information zu dem Telegram-Spiel Notcoin. Die verbrennen Token im Wert von 3 Millionen US-Dollar. Und zusätzlich haben sie 5 Millionen US-Dollar an Notcoin an loyale Community-Mitglieder verteilt und unterstützen auch Entwicklerprojekte damit. So kann man natürlich auch sehen, wie ein Hype aufrecht gehalten werden kann und auch Relevanz für das Projekt weiter bestehen bleibt. Und somit war es das mit den Altcoin-News. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Altcoin-News ihr von heute am besten fandet, welche ihr am uninteressantesten fandet. Denn ich möchte den Content natürlich auch nach euch richten. Das heißt, wenn ich weiß, welche Informationen für euch wichtig sind und welche für euch unwichtig sind, dann kann ich das natürlich besser differenzieren und den Content für euch auch stetig verbessern. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich dir den Research auch gut abnehmen konnte. Wenn das der Fall war und du noch kein Teil der Community bist, dann hol das auch gerne nach mit einem Abo und eine Glocke aktivieren. Dann bist du einer der Ersten, der das mitbekommt. Und teile es auch gerne mit Personen, die einen Mehrwert daraus ziehen könnten. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bis morgen zu dem Altcoin-Video. Bis dahin, peace out. Bis dahin, peace out.